Was ist Autismus? Ich nenne mich jetzt, bin jetzt 32, wohne in Aachen, in dem verlauten Heide. Was ist Autismus? Menschen mit Autismus, das sind Menschen, die können meist mit anderen Menschen nicht so richtig reden. Die haben Schwierigkeiten damit, können gesagt, Körpersprache oder Minimik nicht verstehen oder einsetzen. Manche haben dann noch so eine geistige Störung oder so. Also andere wiederum, die sind richtig talentiert. Zum Beispiel können sie super gut mit Zahlen rechnen, sie können Sachen zeichnen, wie sie gesehen haben. Was regt dich auf? Mich regt auf, wenn man zum Beispiel unakzeptabel einem gegenüber ist. Oder wenn man ständig einen auch mit jemandem so vergleicht. Der ist noch schlimmer als der und der. Oder lauter als der und der. Dann sage ich, würde ich vielleicht mal an die nebene Mutter sagen. Zwei lösst du jetzt mal auf mit diesem Vergleichen? Was soll denn das? Meistens ist jeder gehandicappte Mensch zwar verschieden. Aber dann jemanden damit so zu vergleichen, finde ich, wenn er wirklich nichts Schlimmes tut, total ekelhaft. Was ist dir wichtig? Ich finde es wichtig, dass man mit jemandem gut umgeht und so. Und dass man eigentlich nie böse Absichten hat. Und auch, dass man respektvoll wirkt. Was ist das? Vielen Dank.